Ah! Hi! Ich bin's, Gustav, mit F. Das da? Das brauch ich einfach nicht mehr. Und der da? Ich glaube, der ist einfach DONE mit ALLEM. Ja, so das Spiel so sehr, Mann. Ich bin halt auch echt stolz auf dich, Mann. Sieben Stunden Aufnahmen, sieben Stunden Fortnite. Digga, ich bin stolz auf dich. Die Frage ist doch, hast du ein Video vorzuweisen? Drecksgame. Drecksgame. ULTRA-F-GAME. Was ist denn jetzt deine Idee? Hey, und jetzt mal im Ernst. Ich brauche die Dinger da wirklich nicht mehr. Und ich bin natürlich sehr, sehr gerne bereit, sie euch zu geben. Ich will einfach ein paar von euch in meine Freundschaftsliste integrieren und dann euch was schenken. Ich finde, das ist eigentlich eine relativ gute Idee. Vor allen Dingen, weil ich euch was zurückgeben kann und hier nochmal offiziell erklären kann. Hey, ich muss an meine eigene Gesundheit denken. Und ich mache mich unglücklich, wenn ich dieses Spiel spiele. Warum, warum spiele ich dieses Dreckspiel? Warum? Ich glaube, das verstehen die meisten von euch und deswegen muss ich da jetzt nicht mich weiter rechtfertigen. Ich würde mich aber sehr freuen, wenn ihr dem anderen Content bitte mal eine Chance geben würdet. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Was erlaubt der sich? Der macht einfach anderen Content als vorher. Aschgesicht. Ich bin überzeugt davon, dass ich geilen Content auch ohne Fortnite liefern kann. Ich brauche nur eure Chance, glaube ich. Und wenn ihr die nicht gebt, dann ist das halt so, ne? Was machst du mit mir? Oh! Oh Gott! Komm! Was machst du mit mir? Ah, ja. Ok. Schreibt einfach euren Gamertag in die Kommentare und einfach noch ein bisschen was dazu, wie ihr zu den Kanälen damals gekommen seid. Und ob ihr Bock habt auf mehr mit mir ohne Fortnite. Also ich sollte euch eine Freundschaftsanfrage schicken können, ne? Also euer Name müsste schon korrekt sein und ihr müsst Freundschaftsanfragen annehmen können. Und die Gewinner werde ich dann einfach auf Instagram bekannt geben. Also mich da einfach verfolgen, wenn ihr Bock habt. Gustav Gabel, wie immer. Für mich das Wichtigste eher allgemein derzeit. Gustav Gabel auf Twitch. Das ist mal einfach nur zu viel Spaß. Kann ich nur empfehlen. Twitch.tv slash Gustav Gabel. Schaut da gerne vorbei. Erste Link in der Beschreibung. Küsse gehen raus. Bam, bam, bam.